Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Hashtag FootballKieber. Ja, heute wollen wir ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar verlosen wir diese Miami Dolphins Fahne direkt aus den USA. Und wie ihr diese Fahne gewinnen könnt, seht ihr nach dem Intro. Ja, und zwar haben wir diese Fahne von Freunden aus den USA bekommen. Das zeigen wir euch auch in einem unserer Videos. Das verlinken wir euch einfach am Ende dieses Videos. Und ihr könnt diese Fahne jetzt gewinnen. Ihr müsst dafür auch gar nicht so viel tun. Wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal unser erstes Abonnenten-Special. Und zwar haben wir jetzt 22 Abonnenten. Und wir machen daraus ein 30-Abonnenten-Special. Das heißt, so wie wir die 30 Abonnenten voll haben, verlosen wir diese Fahne unter all unseren Abonnenten. Wichtig ist, dass ihr eingeschaltet habt, dass man eure Abos sehen kann. Weil nur so können wir ja sicher gehen, dass ihr auch Abonnenten seid. So wie wir 30 Abonnenten voll haben, losen wir einen Abonnenten aus. Und dieser wird dann von uns angeschrieben und bekommt diese Fahne. Das heißt Leute, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter. Folgt uns auch auf Instagram. Ja, das war es dann schon wieder von uns. Bleibt dabei, schreibt fleißig in die Kommentare. Das war es wieder, die Jungs vom Kanal. Hashtag FootballFieber. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.